Inspektion und Palpation des Musculus Bizeps Brachii und der langen Bizepssehne Die Sehne des langen Bizepskopfes zieht auf ihrem Weg zum Ursprungspunkt am Tuberculum Supraglinoidale der Scapula durch eine knöcherne Rinne im Humerus, den Sulcus intertubercularis. Da es an dieser anatomischen Struktur häufig zu Irritationen der Sehne mit degenerativen Veränderungen kommt, hat die klinische Untersuchung eine wichtige Bedeutung. Bevor spezielle Funktionstests der Sehne durchgeführt werden, sollte zunächst das Muskelrelief des Musculus Bizeps Brachii in Ruhe und in Kontraktion inspiziert werden. Ist der Muskelbauch beispielsweise distallisiert, so ist dies ein typischer Hinweis auf eine proximale Ruptur der langen Bizepssehne. Anschließend erfolgt die Palpation der Sehne im Sulcus intertubercularis zwischen Tuberculum Majus und Minus. Wird der Arm des Patienten bei der Palpation abwechselnd innen und außen rotiert, so ist die Bewegung der Sehne unter dem Finger deutlich spürbar. Treten Schmerzen auf, so kann dies ein Hinweis auf eine degenerative oder entzündliche Läsion der Sehne sein. Ein spürbares Schnappen hingegen deutet eher auf eine Subluxation der Sehne hin. Beifall bei der ZDH-Zigluge bei vorあの Website aus dem Finger devem-tein. Sieg noch mal. Beifall bei der ZDH-Zigluge bei der ZDH-Zigluge vor ihr Sehne hinzu. Aber das ist eine große Dharm des den Abstand innen der Sehne hinzu,